Karl Friedrich von Derschau war ein königlich-preußischer Generalmajor und Chef des Fusilierregiments Nummer 47. Karl Friedrich entstammte dem preußisch-kurländischen Adelsgeschlecht von Derschau. Sein Vater war Bernhard von Derschau, er per Aufoninenheim und Marmlack. 1715 ging er in preußische Dienste. Da er eine sehr große Person war, kam er zum Leibregiment des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. in Potsdam. Er wurde am 12. März 1717 Fähnrich, am 7. April 1721 Second Lieutenant und am 25. Februar 1725 Premier Lieutenant. Dann am 1. Juli 1730 erhielt er die Ernennung zum Stabshauptmann und am 1. August 1735 erhielt er seine eigene Kompanie. Als 1740 Friedrich II. König wurde, reformierte er die Armee und so kam Derschau am 25. Juni 1740 als Oberst und Kommandeur zum Fusilierregiment Nummer 33. Als aber das Regiment Nummer 40 aus Sachsen-Eisenach in preußische Dienste kam, wurde er dorthin als Kommandeur hinversetzt. Es war in Magdeburg stationiert und mit dem Beginn des Ersten Schlesischen Krieges führte er das Regiment über Berlin nach Breslau. Am 18. August 1744 während des Zweiten Schlesischen Krieges marschierte er erneut, dieses Mal zur Belagerung von Prag und zur Eroberung von Tabor. Budweiß und Fraunburg Das Regiment wurde zunächst in Budweiß und Fraunburg stationiert, aber bald dort von den Österreichern eingeschlossen. Die Einheiten verteidigten ihre Stellungen aber als klar war, dass kein Entsatz kommen würde, musste er sich am 22. Oktober ergeben. Die Truppen wurden dann in Neuhaus in Böhmen interniert, aber bereits 1745 wieder ausgetauscht. Es kam zunächst nach Lignitz. Nach dem Friedensschluss ging es am 19. Januar 1746 als Garnison nach Breslau und wurde dort wieder aufgefüllt. Am 23. Februar 1747 bekam er das Fusilierregiment Nummer 47. Am 25. Mai 1747 erhielt er die Berufung zum Generalmajor mit dem Patent vom 1. Dezember 1743. Er starb am 5. August 1753 in Burg. Familie Er war seit dem 6. Januar 1733 Johanna Elisabeth Maria Marschall von Herren Gosserstedt, die Tochter von Ludwig Ernst Marschall von Herren Gosserstedt, Erbmarschall von Thüringen und Chorsächsischer Generalwachtmeister und Oberaufseher der Grafschaft Henneberg. Es überlebten vier Söhne und zwei Töchter, Sophia Caroline Johanna Lemniskate 1746, Karl von Borke, Erbherr von Falkenburg. Friedrich K. Wilhelmine Elisabeth Nonne im Stift Wollmürstedt. Friedrich Wilhelm Bernhardt, preußischer Offizier. Luise Albertine Maria Lemniskate Sachsen-Hildburger Oberstleutnant Spiller von Mitterberg. Friedrich Heinrich Leopold Wilhelm, preußischer Fienerich. Karl Friedrich, preußischer Offizier.